Hallo meine Lieben und ganz herzlich Willkommen zu einem neuen Video von mir. Ich bin eure Claudi von Soulart und ich freue mich, dass du heute wieder eingeschalten hast. Meine Lieben, von Zeit zu Zeit erreichen mich immer wieder Nachrichten von euch oder Fragen rund um das große Thema Acryl-Puring-Zellen. Aus diesem Grund möchte ich heute mit euch ein ganz einfaches Zellenbild kreieren und ich verspreche dir, wenn du bis dato Probleme hattest, Zellen zu schaffen, ändert sich das am Ende des heutigen Videos. Legen wir direkt los. Okay meine Lieben, vor mir liegt eine 30x30 cm große Leinwand. Ich habe mich heute für eine 3D-Leinwand entschieden. Das ist allerdings keine Voraussetzung. Die 3D-Leinwände sind ein bisschen dicker und ein bisschen höher. Es ist allerdings natürlich keine Voraussetzung, dass ihr so eine Leinwand benutzt. Meine Lieben, ich habe uns heute vier Farben vorbereitet. Und zwar arbeiten wir heute mit Omba-Braun, mit Titanium-Weiß, mit Cappuccino-Braun. Dieses Cappuccino-Braun habe ich mir selbst zusammen gemischt. Das ist einfach eine Mischung aus diesen beiden Farben. Einmal Omba-Braun und Titanium-Weiß. Und zu guter Letzt arbeiten wir mit Gold von der Marke Amsterdam. Meine Farben sind im Verhältnis 1 zu 1 zu 1 mit Floatrol und Wasser gemischt. Ergo, ich habe ein Teil Acrylfarbe, ein Teil Floatrol und ein Teil Wasser eingemischt. Das gibt mir einfach eine tolle Fleece-Fähigkeit. Ich zeige euch das hier in der Kamera. Meine Farbe hat die perfekte Fleece-Fähigkeit für mich. Sie ist nicht zu flüssig, dennoch reißt unser Faden nicht ab. Okay, meine Lieben, zurück zu unseren Zellen. Also das Zaubermittel für anfängerfreundliche Acryl-Puring-Zellen nennt sich Silikonöl. Ich habe hier ganz bewusst ein altes Silikonöl von mir rausgesucht. Es ist ein ganz handelsübliches. Ihr könnt den in jedem Bastelzubehör oder auch auf Amazon zu kaufen. Und der Trick für Zellen ist es, wir werden nun in unsere vier Farben jeweils ein, zwei Tropfen Silikonöl einrühren. Und ihr werdet am Ende des heutigen Videos sehen, was das für einen Unterschied macht. Ich habe mich dafür entschieden, jeweils zwei Tropfen Silikonöl zu meiner Farbe hinzuzufügen. Das reicht uns jetzt erstmal. Und wichtig ist vielleicht hier noch zu erwähnen, meine Lieben. Je nachdem, wie stark oder weniger stark ihr euer Silikonöl in eure Farbe einrührt, umso größer oder kleiner werden eure Zellen im Endergebnis. Dementsprechend, meine Lieben, wollt ihr eher große Zellen kreieren, reicht es tatsächlich, wenn ihr das Silikonöl ein, zweimal ganz vorsichtig, wie ich es hier mache, in die Farbe unterrührt? Oder wollt ihr eher kleinere Zellen, so wie ich heute? Dann rührt ein bisschen länger und ein bisschen stärker. Auch hier mein Titaniumweiß ist mit zwei Tropfen Silikonöl versehen. Und ihr könnt sehen, ich rühre mein Silikonöl ein bisschen stärker ein. Dementsprechend werden wir später beim Endergebnis wahrscheinlich mittelrotze Zellen bekommen. Aber als kleine Faustregel könnt ihr euch merken, je länger ihr einrührt, umso kleiner werden eure Zellen. Auch hier mein selbst abgemischtes Cappuccino-Braun. Ich zeige euch das mal in die Kamera, vielleicht könnt ihr das sehen, auch hier oben setzt sich schon das Silikonöl ab. Es waren nur zwei Tropfen, ihr konntet das sehen. Und auch dieses möchte ich jetzt stark in meine Farbe einrühren. Ihr könnt sehen, an der Fließfähigkeit meiner Acrylfarbe ändert sich nichts durch das Silikonöl. Das ist auch ganz wichtig, um später ein ebenmäßiges, schönes Ergebnis. zu erzielen. Okay, und die letzte Farbe ist unser Gold. Ihr könnt auch hier noch den Tropfen Silikonöl erkennen. Ich hoffe, ihr seht das in der Kamera so gut wie ich. Und auch dieses werde ich gut einrühren. Ich benutze dazu einfach ein ganz handelsübliches Rührstäbchen. Ihr könnt es auch mit einem Löffel machen oder mit einer Gabel machen, wie es euch beliebt, meine Lieben. Auch an dieser Stelle könnt ihr sehen, die Fließfähigkeit meiner Farbe ist immer noch sehr gut. Okay, wunderbar. Die Rührstäbchen brauchen wir an dieser Stelle nicht mehr. Die werde ich ganz schnell entfernen. Und schaut mal, meine Lieben, ich weiß nicht, ob ihr das in der Kamera so gut erkennt, aber selbst hier auf unserem Rührstäbchen zeichnet sich schon die erste Form der Zelle ab. Okay, meine Lieben, ich möchte einen Flip Cup mit euch machen. Dadurch, dass unsere Leinwand heute sehr kompakt ist, reicht uns auf jeden Fall ein Becher. Meine hat hier ein Fassungsvermögen von 250 Milliliter. So weit, so gut. Flip Cup habe ich euch schon ein paar Mal gezeigt. Ich beginne nun nach und nach meine Farben im Becher zu schichten. Ich beginne mit Romba Braun. Anschließend mein Titaniumweiß. Gefolgt von meinem Cappuccino Braun. Und was natürlich nicht fehlen darf in einem Solart-Video ist mein über alles geliebtes Gold. Ihr könnt sehen, wir sind relativ in einer Farbfamilie geblieben heute. Auch das ist natürlich keine Voraussetzung, meine Lieben. Nehmt eure Lieblingsfarben. Ihr könnt Regenbogenfarben benutzen oder in Blautönen oder Rottönen euch halten. Das sieht alles toll aus. Oder, meine Lieben, ihr könnt selbstverständlich auch diese Farben mischen miteinander. Das alles gibt ein einzigartiges Ergebnis. Sieht jedes Mal anders aus. Okay, ihr könnt gut sehen, ich brauche nun meine Farben aus dem Becher noch auf. Ich möchte trotz unserer kleinen Leinwand sicherstellen, dass ich genug Farbe habe, um alle Ecken und Kanten und Ränder zu bedecken. So, ihr könnt schon sehen, sieht lecker aus, erinnert mich ein bisschen an Kaffee. Ich bin bereit, wenn ihr seid. Wir flippen nun unsere Farbe einmal auf die Leinwand. Drei, zwei, eins, flipp. Ihr könnt sehen, es passiert schon was. Ich gebe meiner Farbe kurz einen Moment Zeit zu sinken. Aber schaut euch mal das an. Das ist schon echt unglaublich cool. Mit einer kreisenden Bewegung ziehe ich nun den Becher ab. Und hier passiert schon ein Spektakel. Ich lasse noch den Rest meiner Farbe aus dem Becher laufen. Ihr könnt sehen, mein Becher ist leer, den brauchen wir nicht mehr. Okay, meine Lieben, für mich ist es nun an der Zeit, Handschuhe anzuziehen. Nun werde ich meine gerade aufgetragene Farbe über die ganze Leinwand ausdehnen. Und dann ... 9, 10, 10, 11, 11, 12, 13, 14, 14, 15, 16, 17, 17, 18, 19, 19, 19, 20, 20, 20, 21, 21. Ebenso werde ich gleich sicherstellen, dass meine Ecken und Ränder und Kanten mit Farbe bedeckt sind. Okay Leute, ihr könnt sehen, hier tut sich schon einiges. Um allerdings das große Geheimnis, um die Puring-Zellen noch zu Ende zu lüften, jetzt brauchen wir ein bisschen Hitze, meine Lieben. Ihr könnt euch aussuchen, ob ihr das mit der Heatgun oder mit dem Brenner machen möchtet. Ich werde mich heute für die Heatgun entscheiden. Und Ziel ist es nun, mit der Wärme unser Silikonöl zu erwärmen. Und jetzt schaut mal, was hier noch passiert. Und jetzt geht's noch weiter. Und jetzt geht's noch weiter. Vielen Dank. Okay, meine Lieben, und das war tatsächlich der ganze Zauber. Ihr könnt sehen, gerade in diesem Sektor, finde ich, kam das wirklich gut zur Geltung. Durch das Erhitzen des Silikonöls wurde die oberste Schicht der Farbe verdrängt und die untere Farbe kommt zum Vorschein. Und so, meine Lieben, entstehen ganz einfache Silikonölzellen. Ich hole euch jetzt ein Stück näher ran, dann könnt ihr euch das Ganze ganz genau angucken. Ich finde, unser heute kreiertes Bild hat so einen Look von Steinen, oder? Es könnte ein Strand sein. Schreibt mir mal gerne in die Kommentare, wie ihr das interpretiert und was ihr darin seht. Ich finde diesen Sektor wirklich toll und auch dieser Sektor ist wirklich sehr spannend. Ich habe heute ganz bewusst in leichten Tönen gearbeitet. Ihr könnt aber, wie vorhin erwähnt, eure Lieblingsfarben nehmen. Umso leuchtender eure Farben sind, umso verschiedener die Farbkombination ist, umso bunter wird euer Bild. Ich wollte es heute ganz bewusst ein bisschen ruhiger halten. Ich hoffe, auch euch gefällt dieser Stil. Wenn dem so ist, dann zeigt es mir doch gerne mit einem Daumen nach oben. Darüber würde ich mich sehr freuen. Und wenn du jetzt noch Fragen hast zum Silikonöl, zur Technik, zu den Materialien, die ich verwendet habe, schreibt mir doch gerne in die Kommentare. Ich helfe euch immer gerne weiter. So, meine Lieben, ich blende euch hier noch einmal das getrocknete Ergebnis ein. Ich finde, es sieht wirklich cool aus. Für heute, meine Lieben, verabschiede ich mich. Es war mir wie immer eine Freude, für und mit euch zu malen. Ich bedanke mich fürs Einschalten. Macht's gut, meine Lieben.